Hallo und herzlich willkommen zurück in Minecraft The Walls. Ja, wir sind bereits bei der vierten Folge und diese Folge wird sein, dass die Mauern fallen. Ja, die Mauer, die Deutschland zur DDR trennt und... Alles klar, alles klar, ja, ja. Wir gucken jetzt, dass wir uns jetzt noch zu Ende ausrüsten. Eisen, Eisen, Eisen. Genau. Und Goldäppel. Also, während wir jetzt gerade sozusagen nicht aufgenommen haben, wurden einige Tiere in jeder Base gespawnt. Das heißt, jede Base hat jetzt mal die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr Essen zu holen, weil alle so im Essensmangel waren. Und das ist natürlich beim PvP jetzt nicht so gerade das... Oh, yeah. The Yellow from the Egg. Okay, das ist schon... Ja, alles gut. Ja, also ich freue mich jetzt auf jeden Fall gleich. Ja. Auf den Endkampf. Es sind recht viele... Tüe da. Da haben wir auf jeden Fall jetzt eine Menge Eisen. Ja, und eine Menge Tiere. Und es nervt mich ein bisschen, dass Pilz hier nicht da ist. Ja, aber wir kriegen es auch ohne den hin. Ich meine, die anderen haben auch schon Compro los. Sind schon Compro los. Compro. Was ich ein bisschen schade finde, ist das Team-Plugin, was wir uns da geholt haben. Dass man da nicht sieht, wer in welchem Team ist. Und dass man Friendly Fire wohl nicht machen kann. Also falls es eine zweite Runde geben würde, würde ich da noch ein eigenes dazu machen. Ja, genau. Wäre nice. Hö, ich dachte, du redest nicht während der Aufnahme. Hö, hö, hö. Das ist übrigens derjenige, der hier hinten, der Noah, der sehr viel, auch extrem viel dir mitgeholfen hat, den ganzen Server hier aufgesetzt hat. Vielen Dank an dich, dass du uns das ermöglicht hast. Ja, gerne. Skelett und ein Creeper. Das Skelett ist gut. Der Creeper ist nicht so. Nein, der Creeper nicht so. Alter, hier sind richtig viele Tiere einfach nur. Vor allem steht der Creeper vor Gold. Wo steht der? Ich habe noch mehr Gold. Alles klar. Ich produziere jetzt hier ganz, ganz langsam. Warte mal. Wie viel Eisen brauchen wir noch? Ich brauche noch eine Hose und noch einen... Helm. Helm, genau. Gut, das heißt, du brauchst noch zwölf. Ich brauche noch einen Helm und Schuhe. Ich brauche noch neun. Also 21. Wie viele brauchst du noch, Malek? Ich brauche noch einen Helm und Schuhe. Also 30. Ich habe 26. Ja, wir haben genug. Haben wir jetzt auch Hühner? Ja, aber nur einen Huhn, glaube ich. Ich habe bis jetzt nur eins gesehen und habe es halt bei uns reingetan. Das ist gut. Ich kann die, ich kann die fahren. Ah, da hinten ein Skelett. Das ist auch nice. Ich habe die schon paaren. Achso. Ich habe die schon gepaart. Das ist gut, das ist gut. Gehe paaren. Dann komme ich mich jetzt erstmal im Skelett. So. Ich gucke noch, ob sich hier vielleicht irgendwo noch Dias tummeln. Fittig. So, ich habe Pfeile. Ein Pfeil und kein Knochen. Ach, Scheiße. Ach, Dias. Nice. Vielleicht noch genug, dass ich alle ne Hose machen kann oder so. Ähm, ja. Oder sollten wir erstmal die Dias... Ah, ne. Keine hat irgendwas. Okay, also ich habe... Es sind vier, sechs... War natürlich jetzt ungewollt. Hast du es abgebaut, obwohl es nicht fertig war? Ja, aus Versehen. Ja. Wir haben es aber... Wir brauchen es auch gar nicht mehr so viel Weizen. Wenn wir jetzt die Sachen von, äh... Von Pilzi nicht verschwendet, hätte sich einer ne Diaburst machen können. Ach, egal. So kann sich einer ein Diahelm machen. Wir sollten es auf jeden Fall auch gleich mit genug Blöcken ausrüsten. Wir sind ja oft zerklüftet. Ach, das ist echt nicht das Problem. Ähm, wann fallen ungefähr die Walls, weil dann würde ich mal hochkommen. Ähm, du hast noch genug Zeit. Also, wir können gleich sagen, warten und dann gebe ich einen Befehl ein und dann haben wir 300 Sekunden noch Zeit. Ach, hier ist noch mehr Gold. 300 Sekunden, ja, dann mach mal in... Soll ich... Fünf Minuten? Ja, ein paar Minuten. Wir machen jetzt hier noch was und dann. Du hast übrigens ein, äh, ziemlich... Okay, der ist weg. Du hattest gerade einen Pfeil in deinem Gesicht stecken und ich glaube, dass das sehr komfortabel war. Also, ich fand's ganz angenehm. Inventur erzielt. Wow. Was? Hä? Hä? Eik Mann. Das bedeutet auch, dass er das Inventar geöffnet hat, oder? Mhm. Ja. Hä? Zum ersten Mal sind wir in der Inventar geöffnet. Wow. Darfst du denn in die Lobby kicken? Ja! Hä? Ich verstehe den nicht. What the fuck? Alles klar. Ehrlich? Ja. Okay. Das ist halt so die Auslesung. So, du bist jetzt unten noch am Farm. Ich komm jetzt auch nochmal rein. So. Das ist eine richtig gute Höhle. Gut, dass ich so richtig gefunden hab. Sollen wir uns... Hier ist noch mehr Gold. Okay. Können wir sowas von Goldäpfeln machen? Das ist nice. Dann hol ich noch ein bisschen Äpfel. Ich hatte grad die Idee, dass ich sonst an der Mauer entlang baue. Und dass wir uns dann über die Mauer... Und ja, Jolo ist geschlossen. Oh, nice. Ähm, dass wir uns... Dann Freude. Welches Team ist überhaupt noch komplett? Und... Ja, Mann. Team 3, glaub ich. Oh. Nein, doch nicht. Oh, Mann. War das... Ja, der Creeper hat mich jetzt schon überrascht. Aber alles gut, alles gut. Okay. Hier sollen wir sonst wirklich machen. Wir laufen nicht über die Mitte. Sondern gehen irgendwie über... Wir bauen uns unten drunter. Unter die Base. Also unter die Insel der anderen. Wobei, die ist ja schon klein. Äh, hier sind... Noch Diamantschwerter drin. Die sollten wir uns mal ausrüsten. Ja, ja. Nicht, dass wir irgendwie gleich... Ja, dann nehmen die... Nehmen die zur Sicherheit schon mal. Ja, Zementa. Ja, dann sterbe ich und dann... Ja, okay, dann haben sie auf dem Boden. Eben. Ja. Also ich geh jetzt noch mal ein paar Äpfelfarmen. Hm. Jeder sollte auch eine Eisenspitzhacke haben. Äh, ja, aber... Ja, hab ich... Wir sollten grundsätzlich... Ja, ich hol gar nicht genug aus Eisen. Lol, leckt das gerade. Bei mir nicht. Bisschen leckt's. Ähm, ja gut, dann komm ich jetzt zurück. Ich hab genug von allem. Ja, ich kann die Blöcke nicht abbauen. Jetzt geht's. So. Hört ihr mich noch? Ja, ziemlich gut sogar. Ja. Okay. Falls das deine Frage war. Ja, ich hab gedacht, ich teile mal aus. Nö, nö, du bist, du bist, äh... Ja, hier sind einfach zwei Hexen. Warte, die können uns keinen Trank oder so droppen, oder? Nee, die, äh... Also ich bin mir sicher, dass die dich ziemlich hart droppen werden, wenn du versuchst, sie zu töten, also... Ich werd das schaffen, ich werd das schaffen. Und... Eine ist tot, eine ist tot, eine ist tot, die andere ist auch tot. Und Mario ist vergiftet. Nö. Okay, die eine hat Gunn-Porter gedroppt, und die andere... Hä? Habe ich überhaupt was zu sagen? Hat das Ende erschwert gemacht? Hä, die hat dafür gar nichts gedroppt. Oh, nee, ich find schon wieder den Ausgang nicht. Wird ihre fette Nase gedroppt, so sieht's aus. So. Ne? Habe ich recht, Alter? Habe ich recht? Alles klar. So, ich find schon wieder diesen scheiß Ausgang nicht, ne? Das ist irgendwie mies. Ach, ich hab's, ich hab's. Das ist gut. Oh, und ich hab Hunger. Junger Paraman. Im Ofen soll noch was drin sein. Sehr überrascht. Oh, was? Oh, mein Gott, hier ist ein Hühnchen. Was denn? Komm, okay. Wie schön. Ich werde diese eine Feder mit meinem Leben beschützen. Äh, wobei, wenn jemand mich bedroht, werde ich ihm das geben. Leben ist nämlich sehr wichtig. Wichtigerheit, diese Fehler. So, here I am, my friends. Haben wir jetzt noch Hühner gefunden oder so? Äh, ja, hier liegt noch eins herum, aber... Oh, Fleisch. Ich denke nicht, dass ich das so weit transportieren kann. Dann kill es. Ach, ich... Tut mir leid. Gut, Mario, dann gib mir mal eins von den Pia-Schwertern. Ich glaub, hier ist die... Eins von den... Ja, ich bin grad irgendwo anders. Hallo. Hallo. No, hier ist gerade reingekommen. Und ich dachte, ich bin sehr pilzi. No, bist du in meiner Nähe? Ich höre gemerkt, es sind irgendwelche Geräusche. Ich bin ganz oben. Leute, jetzt passiert mir das, dass ich... Alles klar, du bist in mir einfach... Oh nein. Jetzt kriege ich Schaden. Obwohl ich Leben habe. Also Hunger. Also kein Hunger, meinst du? Obwohl du voll bist mit Messen. Ja. Ich mach mir. Das ist irgendwie seltsam. Es ist auch kein Effekt. Hier war einfach grad ein Blitz. Hey, gehst du mal ernst? Warum lebt der, Jodo? Er hat jetzt auch einen Bach gestorben. Alles klar. Schade. Aber ist okay. Soll ich einen Dia-Helm machen? Ähm. Oder wollt ihr die Dia-Helm sagen? Ich... Hi. Was warst du essen? Ich hab... Ich hab essen. Ich bin ja noch runtergesprungen. So, ich mach mir jetzt erstmal eine Hose aus Eisen. Ja, was wollen wir mit den sechs Dia-Helm machen? Ähm. Ja, lass uns einen Helm machen. Aber warte, ich tu jetzt erstmal in die Truhe hier die Eisenschwerter zurück. Okay, ich mach jetzt einen Helm. So. Wer... Warte, ähm... Gold tu ich hier auch noch rein. Und drei Äpfel. Wer von euch will den Dia-Helm haben? Ist mir egal. Also ich brauche ihn nicht, äh... Denn ich bin nicht sehr gut im Nahkampf. Dann nimm du den Mario. Ja, okay. Versuch jetzt echt irgendwie ein paar Bogendinger zu holen. Ja, ich hab jetzt sehr... Hier sind jetzt fünf Pfeile in der Kiste. Wow. Äh, zwei Federn ja noch. Und hier sind jetzt noch zwei Diamantschwerde für euch beide. Ich nehm ja noch ein zweites Diamantschwert. Ich weiß ja nicht, was passiert. So, ich bin Full Iron. So. Ihr sollt einen Eimer mit Wasser dabei haben. Ja, genau. Ich tu ja auch noch gebratenes, äh... Hühnerfleisch rein. Und brat hier hinten noch was. Oh shit, da ist ein Enderman. So, ich starte jetzt den Countdown. Oh nein. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Äh, bin ich jetzt blöd? Was braucht ihr noch für Sachen aus Eisen? Rüstungen? Leute? Äh, ich hab alles. Kopf und Schuhe. Alles klar. Helm ist da. Da ist Helm. Und Schuhe kommen gleich auf. So, Diamantschwert hab ich. Hast du einen Bogen? Nein, noch nicht. Ich hab einen Faden noch. So, ähm... Dann hast du hier deine Schuhe. Okay, wir haben zwei Fäden. Mario, hast du noch einen Faden? Ähm... Ähm... Tatsächlich nicht. Nein, sorry. So, ich hab aber 13 Level. So, drei Eimer. Die füll ich kurz mit Wasser. Jo, mach das. Ähm... Weizen können wir nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wozu man das brauchen kann. So... Ah, mach ich. Was mach ich? So. Ähm... Machst du. Mario? Ja? Eimer. Danke. Malek, Eimer. Ich hab keinen Eimer. Ja, aber ich hab einen Eimer. Tut ihn in die Kiste. Tut ihn in die Kiste. Oder werfen wir auf den? Ich hab den jetzt gedroppt. Ähm... Ganz viel Gold hab ich noch. Wir haben vier Goldäpfel. Perfekt. Jeder kann einen Goldapfel haben. Ich hab auch schon einen. Was bringt ein Goldapfel? Zwei extra Herzen und du hast für kurz Zeit Regeneration. Aber da ich der Nahkampfer bin, denke ich... Hihi. Dann nimm du zwei und jeder von uns ein. Yay. Ja, tut ihn in die Kiste. Ich bediene mich aus der Kiste. Ja, das Gold bräht noch. So. Wir brauchen jetzt noch einen Faden, oder? Äh, ja. Ah, shit. Die Wolle können wir nicht abbauen. Das wär... Das Ding, was wir bräuchten. Also gut, äh... Vielleicht kann ich hier irgendwann eine Spiegelung... Welche Taktik haben wir jetzt? Welche Taktik haben wir jetzt? Einfach schlachten. Schlachten. Nee, wir sollten... Wir gehen, wir gehen. Wir sollten uns zuerst zurückhalten. Zuerst zurückhalten, die Leute töten, die... Gerade da sind... Ja, wir halten uns zurück und laufen zu einer Base. Und denkt daran, dass ihr von Anfang an ein relativ leeres Inventar habt. Wenn da Leute sterben, können wir einfach von denen das aufheben, was die haben. Ja, und den Goldapfel dann auch noch bereit haben, ne? Ja. Und, äh, Stöcke immer. Hier, meine Steinspitzhacke. Tue ich jetzt erstmal nur ins Inventar. Jeder nimmt ne Eisenspitzhacke. Ja, ich hab jetzt meine Eisenspitzhacke als Standard. So. Wobei, ich lasse doch teilweise ein paar mehr Sachen da. Ich bin rohes Rindfleisch, ey. Mist. So. Ah, Gold. Das ist sehr gut. Äh, da. Eisen tue ich jetzt hier in die Truhe. Da haben wir jetzt noch neun Eisen drin. Eins der Cobblestone sollte jeder haben. Ja, ich hab jetzt, äh, über zwei Stacks. Habt ihr alle genug Essen? Ja, achtmal, äh, achtmal gebratenes Schweinefleisch. Ich hab 19 Fleisch und... Warte. Ich bring noch das richtige, ähm, das restliche Weizen zum Wachsen. Noch 100 Sekunden, Leute. Alles klar. Dann, äh, genau. Baut er alles ab, nimmt das Weizen mit. Jeder sollte nur eine Sorte an Fleisch im Inventar haben, damit es einfach besser ist. Okay, ich hab, äh, Steaks. 18. Okay. Ach, scheiße, ich baue alles ab. Ja, mach das. Dix hinterlassen für die anderen. Legts dann kurz. Ja. Wow. Ich hab ganze zwölf Weizen. Das heißt, daraus kriegen wir ganze vier Brote. Das hat's gemacht. Äh, krieg ich einen Goldapfel noch? Ja, ich brauch auch noch einen Goldapfel, also... Hm, ich mach welche. Warte. Und noch zwei Gold hier, dann kann ich zwei machen. Also, wir haben keinen Bogen, oder was? Nee. Äh, dann nimmt aber die Fäden mit und alles, was ihr für einen Bogen braucht. Ich dachte, wir hätten einen Bogen. Gut, ich mach die. Äh, ich, ich mein, ich hab da eine Spinne gesehen. Okay, zwei Goldäpfel, Malek, 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 Malek. Ja. Ähm, zu verzaubern, nehm ich einfach mal Lapp, ich lach zu... Ah, nee, bringt ja eh nix. Jetzt direkt essen? Ach, wobei... Nee, 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 auf gar keinen Fall. Ähm, weil das Reg... Damit regenerierst du halt auch schnell, ne? Das machst du, bevor du in den Kampf reingehst. Genau. Oder wenn du Lowlife bist oder sowas. Ja. Ja, aber nur wirklich nur, wenn du Lowlife bist und in Gefahr bist. Sonst normal... Äh, normal generieren, regenerieren. Alles klar, ich schlachte jetzt die Hühner. So, ich nehm jetzt noch an Eisen alles mit. 10 Sekunden, Leute. So, ich... Ich nehm jetzt alles mit, was man braucht. Habt ihr alles? Faden hab ich jetzt auch dabei. Ja, ich bin bereit. Äh, die Mauern fallen nicht. Doch, 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 die Waffen, die fallen, die fallen, die fallen. Es wird jetzt laggen, es laggt. Ja, es laggt mega. Ja, das war's. Das heißt. So. Wenn's jetzt abstürzt, lach ich echt. Let's go. The wall sagt, let's go, ja. Naja. Was ist passiert? Oh, es ist passiert. Alter, dann ist die Woll. Der Mega-Lag. Hab ich doch gesagt. The Monster TV. So, hier sind noch drei Gold drin. Also, ich hab jetzt alles Gold, alles Eisen, was in der Kiste war, Faden. Äh, Brot hab ich... Brot liegt noch in der Kiste. Wer nimmt sich Brot aus der Kiste noch mit? Äh, ich nicht. Ich hab eigentlich... Wer nimmt alles mit. Wer schon bereits Brot hat, der nimmt jetzt noch mehr Brot. Dann brauch ich nicht mehr mitzunehmen. Ich hab 27 Steaks. Ich hab 19 Steaks und 15 gebratene Schweinefleisch. Ah, dann nimm ich jetzt einfach noch das Brot mit. So, gut ist. Dann gehen wir. Brechen wir auf. Ja. Bauen wir das hier noch ab? Ähm, ja und verbrennen. Ach, wir haben keine Lava, egal. Ach, scheiß. Wir hätten uns ein Lava einmal holen sollen. So, nicht reinlaufen. Ich nimm auch die Kohle mit. Und... Und einer ist ein Tod. Alter, es sind schon einige tot. Guck mal auf Tab. Ich glaub, sie sind sogar noch relativ gut bedient mit unserem Team, oder? Ja. Dann lass das mal hier einfach hochbauen. Ja. So. Wow. Hier ist das Loch. Boah, Leute. Hier ist das Loch. Okay. Hier ist ein riesiger Spalt. Da müssen wir ja komplett vorsichtig sein. Okay. Ich habe mehr... Also, wer irgendwas braucht, dem hält sich bei mir. Ich bin sozusagen ein wandelnder Rucksack. So. Okay, alles klar. So, haltet ihr das Schwert bereit. Oh, ich hab eh nicht in PvP mehr gemacht, ey. Ich weiß gar nicht, wer ist denn Team Rot? Wir sind, glaub ich, Team Rot. Weißt du was? Was war doch so? Gewollt von dir, oder nicht? Da hinten, da hinten, da hinten. Ich seh sie. Die haben sich in die Base gebaut. Oh, ich seh's. Oh, ne, wie lebt. Als ob wir da hochgehen. Ich hab genug Blöcke. Ich baue mich über die. Ohne Scheiß. Die haben eh keinen Bogen. Oh, die sind auch noch zu dritt. Da unten ist ein Skelett, wer also Pfeile braucht und hofft, den Bogen zu bekommen. Der hat nur eine Lederrüstung. Alter, die kriegen wir. Baut euch hoch. Alter. Oh, die haben Bogen, die haben Bogen, die haben Bogen. Damit hat es nicht gerechnet. Die haben Goldapfel. Okay. Alles klar. Die schießen, versuche ich mich zu schießen, aber hier ist auch ein Skelett. Sollen wir die drei nicht erstmal in Ruhe lassen? Ich hab ein Pfeil. Ja, stimmt. Was ist wie die Versauer, die die Gobbys? Stimmt. Du bist wie die anderen. Da hinten hat sich jemand zur Mitte hochgebaut, wie nach ganz oben. Ah, ich hab deren Pfeil mitgenommen. Ich sehe, sie haben runter teleportiert. Wen? Die in der Mitte ganz oben waren? Ja. Okay, nice. Ja, weil es ist wirklich ein bisschen behindert. Wartet doch auf mich. Nichts zu flach als Regel machen, so. Ich schießen auf dich. Es ist doch okay. Ich nehme die Pfeile mit. So. Dann lassen wir die erstmal in Ruhe. Ja. Thanks für die Pfeile. So. Äh, du hast die Pfeile mitgenommen, ne, äh, Malik? Ja, ja. Dann kriegst du den Rest hier, drei Pfeile. Ja, aber ich hab halt keinen Bogen und das ist das Problem. Wir brauchen irgendwie Spinnen oder so. Hat einer von euch die Fäden mitgenommen? Mario hat die Fäden mitgenommen. Äh, ja. Alles klar, gut. Heilt sie, ne? Oh, scheiße. Nicht runterfallen. Ja, ja. Ich denke mal, einer stirbt. Ja, denke ich auch. Okay, warte mal. Wir sind ja doch noch relativ viele, ne? Da unten ist ein Weg, eine Treppe. Die ist noch zehn Leute. Das heißt, theoretisch gibt es noch drei komplette Teams. Loll. Ich hab' dacht, es werden schon mehr tun. Ist ein Team denn schon komplett ausgeschieden? Nein! Was ist? Wasser, oder? Hier ist Wasser, hier ist Wasser. Alter! Du bist ins Loch? Ja. Shit, Alter. Aber zum Glück war da Wasser, ey. Pass auf, unten drunter sollte eventuell auch gar kein Boden mehr sein. Ja, ich schaff's, ich schaff's. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Das glaubst du gar nicht. Malek, Alter, riskiere nicht so viel. Ich muss aber. Musst du nicht. Doch. Dann mach das lieber so wie ich. Okay, ich komm wieder hoch. Kann nur sein, dass ihr mir Pöcke runterwerfen müsst. Äh, hast du keinen Wasser, Alba? Oh! Doch, hab ich. Malek, du bist nicht auch noch rein. Das ist ein Gegner? Ja. Komm zurück. Ja, die können mich irgendwie nicht schlagen. Ich dachte jetzt, ihr seid das. Äh, ja Leute, ich bin hier gerade drin, ne? Äh. Wie, sie können die dich nicht schlagen? Keine Ahnung, ich dachte, die... Oh, Leute, jetzt geht das, Leute. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Komm zur Ruhe, komm zu mir, komm zu mir. Ja, geht doch nicht, ja, ich bin tot. Nein. Ah, scheiße. Ja. Mario, siehst du mich? Nein! Oh, ich bin auch ins Wasser. Ich bin jetzt auch ins Loch geflogen. Wir treffen uns unten. Unten? Ich bin ja irgendwo in die Wand rein. Fuck. Ich bin irgendwo auch im Loch. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Das ist eh überhaupt nicht gut. Fuck. Okay, wo bist du? Ich bin ganz unten. Jetzt teilen wir uns mein Essen. Da ist das Team, Mario. Wo, ganz oben? Ja, die haben mich gesnackt. Ja, ich seh die. Vor allen Dingen, ich dachte, ihr seid das, weil ich hab euch halt aus den Augen verloren. Oh nein. Mario, die kommen, die kommen. Wo bist denn du? Ich bin ins Loch und dann ganz runtergesprungen. Ich bin jetzt auch ganz unten, aber Achtung, hier ist teilweise die Welt unten unter uns weg, ne? Oh fuck, ja, die kommen zu mir. Ich muss weglaufen. Du bist unten. Ja, aber ich kann allein insgegen die machen. Ich seh dich nicht mehr. Bist du da, wo noch viel Wasser ist? Ich bin da, wo das ganze Wasser zusammenläuft. Ach scheiße, ich bin hinten durch. Ich bin weiter durch. Ja, die kommen. Ich muss weglaufen. Ich weiß aber nicht wo, in welche Richtung. Ich will dir helfen, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ach du Scheiße. Ich spektate die hier gerade ein und die kommen so zu euch, ne? Nein, 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 nicht. Oh Gott, ja, nimm mich da kick. Anton, pass ab, bloß auf, Alter. Die sind richtig nah. Oh, fuck, 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 fuck. Ich seh, ich seh, ich seh. Fuck, 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 fuck. Die sind hinter dir. Ernsthaft? Wuh! Alter, ich... Der eine scheint Low Health zu sein, den du gerade ange... attackiert hast. Bam! Yeah! Nice, hast du ihn? Ja. Bam! Bitte, du kriegst den dritten auch noch. Bam! Nice! Oh, Triple Kill, wie geil, Alter. Das sind nur drei gewesen, ne? Ja. Fuck, Alter. Alter, ist doch scheiße. Alter. Boah, Junge, bin ich am Zittern. Goldapfel sei Dank, ey. Alter. Richtig. Junge, ich... Übel. Ich fress jetzt einen Goldapfel, ey. Wo ist der Goldapfel da? Ich schwimme durchs Wasser wieder hoch, okay? Die fragen dich gerade alle, wie viele Herzen du hast. Alter, Schwede. Alter, fuck. Mega nice. Ja, und vor allen Dingen, wie die alle mich snacken, ja. Aber alle drei auch... Boah. Alter. Ey, ich komm da voll nicht drauf. Klar, ich hab gedacht, ich bin locker down. Fuck, ich muss jetzt hier irgendwie rauskommen, ne? Hier ist ne Höhle. Alter. Ah, ich bin relativ genau in der Mitte. Der vier Wände. Schade, dass ich das nicht auf Aufnahme hab. Oh, Mann. Wie sagst du? Mal, hast du das aufgenommen? Ja. Ja, okay. Ja, nice, Alter. Okay, ich muss mal kurz mein Inventar ein bisschen clearen. Ja, komm dann zur Mitte. Was hatten die denn alles? Haben die irgendwas Neues für uns? Die hatten nur Scheiße. Ah, shit. Aber egal, Mann. So. Alter, ist das geil. Ja, dann komm zur Mitte. Ich baue mich hier gerade hoch. Also, ich weiß ja nicht, wieso... Nein, 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 nein. Oh, fuck, 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 fuck. Nicht sterben, Mario, ich brauch dich. Oh, shit, nein, ich hab's überlebt. Aber ich bin einfach... Boah, Squat-Wipe, Leute. ... in den Block reingebuckt. Scheiße, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg hoch. Alle die Toten sind, wer denkt, er wird gewinnen. Ich. Ja. Alter. Bist du über mir? Bist du an der Mitte? Ich bin da, wo das Ganze was... Alter, es gibt jetzt meine Koordinaten. Ich bin genau in der Mitte. Minus 11, 72, minus 1. Ja, du bist relativ in der Mitte. Ich bin auch in der Mitte. Mr. Plug ist schon tot, aber gut. Ja, bei mir sind zwei Player. Wo bist du denn? Es gibt zwei Player. Irgendwo in der Mitte am Wasser. Soll ich ganz genau in die Mitte kommen? Koordinaten 0, 0. Nein. Aber obwohl doch... Wasser! Bist du... Ah, das bin ich! Komm, schwimm hoch. Midi ist tot. Alter. Wir haben noch... Wir haben noch zwei Gegner? Wir haben... Nein, einen. Aeroplays. Ja, was ist mit Dave? Dave ist schon tot. Das heißt, wenn du noch reingehst, ne? Ja. Ja, nice. Ne, warte. Ist Aeroplays, spielt ihr überhaupt mit? Äh, Leute, aus irgendeinem Grund spektate ich hier gerade eine Kuh. Äh, geil. Warte, fliegt... Geht mal zu Aeroplays. Oh, Alter, das war doch ein Schwein. Ich setz mal kurz einen Block. Pfff... Alter... Oh, lol. Hi. Warte. Ja, schwimm hoch, Mario. Seht ihr mich? Ich bin Dave. Dave und ich, du Esel. Dave ist doch tot. Okay. Boah, ich hab das nur überlebt, weil ich diesen scheiß Goldapfel gegessen habe, ey. Okay. Also, bei euch in der Nähe ist ein Spawner. Ja, ist egal. Da ist eine Schallplatte drin, ein Sattel und ein Namensschild. Zombie-Spawner. Aeroplays und Dave. Die kriegen wir auch noch, Mario. Mhm. Voll geil, Alter. Gute Klappe. Ja, ich hab... Ich feier das. Ich kann hier einfach mal durch... Durch alles durchfliegen. Mario, komm hoch, bitte. Ja, ja, ich hab gerade noch... Wenn die jetzt kommen... Warte. Goldapfel wieder hierhin. Hast du noch einen Apfel? Hast du noch einen Apfel? Ich hatte noch keine Action bisher. Ja, was steht. Okay, und... Soll ich dich mal töten? Hallo. Boah, wäre ich nicht wieder runtergefallen oder sowas. Das wäre richtig. Ich geh mal gucken, wo alle anderen sind. Hm, darfst... Nee, sag uns das aber nicht, ne? Ja, ja. Du darfst... Ähm... Alles klar. Jetzt sehen wir genau noch, wer alles da ist. Dave oder AeroPlays. Ja. Nee, war ich... Ja, pass auf, nicht hier in diesen Spalt reinwenden. Ja, nee, hab ich nicht vor. Wir sind jetzt eigentlich genau in der Mitte, ne? Mario schlachtet erst zusammen. John ist aber erst besser equipped und ist besser im PvP. Ja, danke. Danke für euer Vertrauen. Achso. Ähm. Wo seid ihr? Ich hoffe, jetzt mal ghostet keiner und sagt das. Naja, also... Ich weiß, wo die sind, aber ich sag's nicht. Jaja, aber die müssen das sagen. Weit weg von uns? Bei der Base und ihr. Waren das nicht die Base, die gerade eben auf uns geschossen haben? Ja. Ja, dann lass da hin. Wir locken denen die Pfeile aus. Ja, die sollen einfach nicht in ihrer Base campen. Nee, ist okay. Also, ich möchte euch warnen. Die haben wahrscheinlich noch ihren Bogen. Ja, wir gehen trotzdem hin. Die haben nämlich nur begrenzte Munition. Okay, warte, ich muss gerade mal mit ihren Tarn ein bisschen klären. Ich versuche mich gerade zu orientieren. Wir müssten jetzt theoretisch in diese Richtung. Die hatten auch nur Eisenschwerter, die eben. Hier oben auf der Base? Nee, nee, die, gegen die ich gerade gekämpft habe. Ach so. Beziehungsweise, einer hat dann die erschwert. Ja, wir werden das Ding schon rocken. Ich hoffe es. Rocken. Aha, da hinten ist hier hochgebaute Base. Ähm, ich habe keinen Bock, irgendwo reinzuhüpfen, reinzufliegen. Mal erst was essen. So. Da hinten, da ist er. Da sind die beiden. Immer noch in ihrer Base? Ja. Ich wäre fast schon wieder ins Spalt reingerandet. Aber das wäre einfach zu... Zu episch. Er kommt runter, er kommt runter, er kommt runter, er kommt runter, er kommt runter. Warte doch mal. Ich bin doch gar nicht bei dir. Er kommt runter, er kommt runter. So, denk dran, den Goldapfel zu essen, ne? Ich esse ihn gerade. Jetzt schon? Ich habe ihn gegessen. Ach, die kämpfen, okay. Komm, 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 komm. Verstärkung kommt. Scheiße. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, lass mich übernehmen. Ich habe, ich habe mein Leben, ich habe mein Leben. Achso, okay. Wo ist der andere? Der andere ist da oben. Der, der Boss spammt, er Boss spammt. Nice, wir haben ihn. Da ist der andere von hinten. Er hat low ground. Hast ihn? Ich bin eh, ich bin down. Warte, ich kriege ihn. Ich habe ihn. Ja. Oh, nice. Das Gameshaus-Team hat gewonnen. Sieg. Ade, Ade. So, ich würde sagen, ich werde jetzt hier an der Stelle mal kurz cutten und jetzt gehen wir nochmal mit allen zusammen in einen Channel rein. Bis gleich. Bis gleich, Leute. So, wir sind jetzt alle zusammen in einem Channel, beziehungsweise die, die am Ende noch übrig geblieben sind. Hallo. 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 Hi. Hi. Ja, ich möchte mich wirklich herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Es war ein mega cooles Projekt, auch wenn wir zwischendurch ein paar Probleme hatten und ein paar Leute auf der da gestorben sind, aber es war mega nice. Ich bin Karten. Oh ja. Kein Problem. Ja. War echt nice. War ein sehr schönes Projekt, ganz super nice. So, in der Beschreibung werdet ihr später einen Link zu allen Teilnehmern finden und da könnt ihr jetzt einfach mal das Ganze auschecken und die Sichtweisen der anderen ansehen, wie die gestorben sind. Oder bei mir den Spack. Ja, oder ein Buck oder sowas. Wenn ihr noch öfter so ein Projekt sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und teilt das Projekt. Von allen Zuschauern. Jo. Das war's jetzt. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Hey. Aber mir wird hochverraten.